Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play The Walking Dead. In der letzten Episode haben wir es endlich nach Savannah geschafft und mussten aber auch gleich wieder flüchten, haben uns in einem Haus verschanzt, das eigentlich recht sicher ist. Ja, hierhin mussten wir, weil irgendjemand die Kirchturmglocken geläutet hat und somit auch die Essensglocke. Und wir hatten keine andere Wahl. Chuck ist zurückgeblieben. Wir wissen nicht, was aus ihm geworden ist. Clementine hatte es fest erwischt, weil Ben nicht bereit war zu helfen und die Hosen voll hatte. Jedenfalls gucken wir uns hier jetzt mal um, was es hier noch so gibt an Nahrung, Waffen, was auch immer. Kein Wasser. Scheiße. Ja, hier ist noch Hundefutter, das können wir uns ansehen und auch nehmen. Wir gucken mal vorher, ob wir sehen, was die dazu zu sagen hat. Aber ich glaube, ab einem gewissen Hunger ist wohl alles irgendwie appetitlich. Es gab ja auch wirklich Fälle, wo dann auch Menschen vielleicht gegessen wurden. Weil es einfach die Situation erfordert hat, dass dann die Leichen gegessen wurden, wie die Football-Mannschaft in den Appalachen abgestürzt sind. Ich glaube, das war eine Football-Mannschaft. Kein Kraft. Ja, kein Wasser, kein Strom in der Kühlschrank. Sieht auch leer aussicht gleich. Oh Gott. Achso. Walter. Höh. Alles verpasst. Alles verpasst. Ja. Ja. Im Grunde sieht das alles hier so aus, als hätten die Benutzer damit gerechnet, irgendwann wieder zurückkommen zu können. Boah, ich dachte gerade... Wuuuuh. Äh, wir sehen uns erstmal hier unten weiter um. Bevor wir... Öffnen die Tür. Ähm... Ich weiß nicht, ob die Tür noch draußen geht. Ich lasse das doch erstmal. Noch nicht Grundstock Okay, dann sehen wir uns mal weiter Das ist auch noch eine Tür, was haben wir hier noch? Doch, wenn man ihn klein schlägt, dann kommt man damit schon weit Whisky, der wäre doch was für Chuck Ah, der wäre doch was für Chuck gewesen Ja, jetzt fragte Chris da schon Hey 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 How's that couch treating you, Omid? Leg feeling better yet? I'm alright I feel you What do you guys think about this plan at Kenny's? The guy's losing it Look Lee, I know he's your friend and all, but you need to be careful That man is on the edge, and I don't know if I want to be around when he goes over it Kenny's solid, he's just been through a lot, that's all I hope you're right For all our sakes Finally this house was a hell of a stroke of luck I like it a lot better when we know for sure it's safe I'll make sure But right now it feels like just the break we needed Maybe our luck's starting to turn around I'd like to believe that Really, I would Sit tight Okay, I'll keep checking the first floor to make sure it's safe Thanks Lee Es wäre natürlich schön, wenn wir endlich auch mal wieder Glück hätten Ja und Kenny, der ist momentan, ich weiß nicht, der ist schwer einzuschätzen Okay Nothing hiding in here Gemälde Not exactly my style Oh, ich hoffe, hier gibt's keine böse Überraschung in der Hütte Also führt die große Tür wohl doch noch nicht nach draußen Oh, mir juckt die Nase Well, place ain't got much We should be okay here for a while At least until the quiet's down outside Good, thanks Is he okay? Yeah, for now But I'm really worried his leg might have gotten infected Don't suppose you turned up any meds while you were poking around Right over No, just dog food And there's some whiskey in the back I was just asking Clementine if she knows who the man on her radio is It's okay, honey You can tell us Who is he? What does he want? Go ahead, Clem It's okay You're not in any trouble It's just a friend I don't think he wants to hurt us What has he been saying to you? What have you been saying to him? Yeah, the Süßigkeiten man with Kleinkindern nie was böses I told him, I was trying to find my parents and that they were in Savannah He really seemed nice I think he wants to help me find them Clementine Honey, trust me, that's not what he wants He Lee Kenny Lee, you need to get up here now What's wrong? It's Kenny Scheiße Kenny said he thought he heard something up there Went to go look He's up there? I can't get him to come down Stay here Als hätten wir eine Wahl Ach, Scheiße Kenny? 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 Kenny You okay, man? Ich glaube, das ist das erste verwandelte Kind, dem wir hier in dem Spiel begegnen Kind of looks like Duck, don't he? It's just a kid What the hell happened to him? Ain't nothing on him Guess he must have been hiding out of here Starved to death Jesus Christ I don't know if I can, Lee Couldn't do it before Can't do it now Yeah, wir machen das I can't miss you to do this, Matt I'll take care of it Like I did before Are you sure? Aber irgendwann Aber irgendwann Kenny muss es einfach irgendwann wieder können Gibt Waffe, Kenny? Nee, das machen wir jetzt selber Ich hoffe, das Ding erwischt uns jetzt nicht Das wäre so scheiße Poor kid Mr. tried to hide out of here until he starved to death This could have been Clementine, if I hadn't found any idea We have Clementine ja gefunden, as alles anfing Die Waffe nehmen wir nicht Stiefeln Ah, das wäre alles Die Waffe wäre zu laut und alles andere wäre so respektlos, finde ich Ich meine, das ist ein Kind Aber ich glaube, schlagen Mit dem Werkzeug ist immer noch besser, als es wieder zu stiefeln Ich bin sorry Wir sollten ihn verraten Das Spiel ist manchmal so fies, ey Das ist Naja Ja, und Liebe bewegt sich auch so langsam Vielleicht Ich weiß nicht warum Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht warum 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 Ich weiß gerade echt nicht, was ich sagen soll. Ich bin ein bisschen schockiert von dieser Situation gerade. Und scheinbar nicht nur wir, sondern auch die. Oh, Clementine, du bist so schwer einzuschätzen, Mädchen, so schwer. Und dennoch hoffe ich, dass sie zu schätzen wissen, was wir hier tun, denn wir hätten ihn doch einfach über den Zaun schmeißen können. Oh, hab ich mich er... Wer ist das? Ich hab mich... Oh, scheiße, so erschrocken. Lee, was ist passiert? Wir sind ehrlich. Ich habe jemanden stehen da, bei der Fenster, um uns zu sehen. Ein Walker? Nein, zu schnell. Ich bin aus wie ein Bad aus der Hölle, als ich sie sehen habe. War es ein Mann oder eine Frau? Ich habe keine gute Augen gesehen. Was ist das? Ich wundere, ob es das gleiche Mann, der uns folgt. Der Mann auf der Radio. Kimi? Ich bin okay. Ich bin... Ich bin okay. Was ist das Ruckus? Lee saw someone watching us from outside the gate. What? Who? Ich kann nicht sicher. Ich bin sicher. Sie kamen, bevor ich ein guter Blick habe. Ich bin nicht so ein bisschen. 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 Walkers sind eine Sache. Aber die Idee, dass jemanden da draußen ist, dass wir uns tatsächlich stalken. Okay, das ist es. Wir sind hier lange genug. Es ist Zeit, um zu zurück auf den Weg. Zeit, um zu nach dem Wasser, und zu finden uns ein Boot. Ich weiß nicht, ob Omeid ist gut genug, um zu gehen. Ich bin sicher, dass es nicht so gut ist, weil ich jetzt nach Riverstreet, um ein Boot zu finden. Und als sie bereit ist, wir gehen, wir gehen. Wir gehen. Wir haben wirklich noch. Wir haben die Haus, um sicherzustellen, dass es sicher ist. Wir haben nicht wirklich den Ort. Wir sind nicht wirklich verletzt. Wir sind nicht verletzt, was, 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 wir haben. Wir müssen sicher, dass es nichts hier hier gibt, bevor wir gehen. Bisschen Zeit finden. Ja, ich glaube, Kenny hat gerade nochmal so den letzten Schock bekommen, als er den kleinen Jungen da gesehen hat. Ja, ich weiß, dass wir uns einen Schock bekommen haben. Warte, kann ich nicht kommen? Meine Mutter und Vater können nicht so weit entfernen. Vielleicht können wir sie nach dem Schocken suchen. Wir müssen uns auf einen Schocken finden, Clem. Wie wir über den Schocken haben, nicht wahr? Okay. Daylight ist fernin. Ich werde mich holen, dann gehen wir raus. Komm schon, Clem. Wir schauen, ob Meeg braucht etwas. Oh ja. Nein, jemand, der feige davon läuft, wenn es drauf ankommt. Das ist großartig. Vielen Dank für die Verteidigung. Die Verteidigung ist erinnert, Ben. Und du hast einen langen Weg zu gehen, um dir zurückzunehmen, nachdem du ein paar Sachen, die du hast. Du fühlst mich? Ja. Ja, ich fühle dich. Infected. Oh nein. East Bay Street und Lincoln Street. Danach müssen wir die 45. West und an dem kaputten Auto rechts auf die linke Seite abbiegen. Aha. Nein. Stopp. Kenny, stopp. 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 Oh, guck der grantig. Guck der grantig. Wurde fokussiert oder irgendwie. Ach, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ziemlich verbittert irgendwie so. Das ist... Ah. Nein. Nicht schon wieder die Essensglocke. Oh, ich hoffe, die sehen uns nicht. Klingt etwas schwul. Entschuldigung, aber... Okay, das Internet versaut. Das Internet. Junge, Junge, Junge. Oh nein. Ist der ganze Plan jetzt hin? Es muss ein Boot sein. Es muss ein Boot sein. Kenny, ich glaube nicht so. Vielleicht sollten wir mit einem neuen Plan kommen. Scheiße. Das ist der Plan. Es ist der einzige, den wir haben. Und du schlappst es in fronte von allen, wie du in dem Haus gemacht hast, das ist nicht genau zu helfen. Scheiße, du. Ich habe es nicht so leicht gefordert. Aber vielleicht wäre ein Alternativplan gar nicht so schlecht gewesen. Anstatt sich wirklich nur auf das eine zu fokussieren. Ach, scheiße. Ja, das ist Sinn. Da steckt ein Pfeiler drin. Das ist Sinn. Da steckt ein Pfeiler drin. Da steckt doch ein Pfeiler drin, so wie es aussah. Du besser bist richtig über das. Ich habe gesagt, es könnte sein. Gib mir einen Scheiß. Ich bin ein Pfeiler, Captain, nicht ein Miracle-Worker. Ich schaue es. Du schauchst weiter nach dem Wasser. Vielleicht gibt es etwas auf der anderen Seite. Ich glaube, wir sollten nicht zu weit entfernen. Wir müssen nicht. Siehst du das Teleskop? Du kannst alles nach dem Wasser von hier sehen. Schau dir was. Okay. Alle Boote im Arsch. Ich fasse es nicht. Ja, aber was wir denn hier auch weiterhin finden werden. Und wer der mysteriöse Fremde ist. Und wer auch immer hier die Glocken läutet. Was auch immer. Das erfahren wir alles in der nächsten Folge. Danke, dass ihr eingestellt habt. Seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüsschen und Küsschen aufs Nusschen. Es geht. Schwer, ein Kino. Ich zeige. Ich schraussend. Wenn das nicht?